Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog im neuen Jahr. Der erste Lauf. Frohes neues Jahr! Sagt man ja so. Ich bin noch immer in Österreich, noch immer am Weißensee, noch immer ist er schön gefroren hier neben mir und gleich zeige ich noch ein davon. Nach dem Intro geht es los. Hier direkt neben mir ist der Weißensee. Ich bin in Kärnten in Österreich. Jogge um den See herum. Will heute so 70 Minuten ungefähr laufen. Dann habe ich meinen Soll erfüllt. Im neuen Jahr. Gute Vorsätze. Viel Sport. Mehr essen. Mehr essen. Und deswegen muss ich mehr Sport machen. Also es ist wirklich schön hier. Schöne Kälte. Aber wenn man sich bewegt ist alles cool. Auf dem See war ich auch schon. Man sieht hier die Leute. Die laufen auf dem See rum. Guck mal. Eiskating. Die ganzen Holländer machen da Eiskating und den ganzen Kram. Der ist fett gefroren. Deswegen kann man da rumlaufen. Kein Problem. Eismeister, glaube ich gesagt. 13 Zentimeter und mehr sind okay. Da kann nichts passieren. Wer weiß. Oh, jetzt flutscht mir ein Hörer raus. Ja, ich mache mich jetzt mehr weiter. Meinen Sport mache ich außerhalb vom See. Weil dort oben mag ich nicht laufen. Ich mache das schön nebendran. Auf dem Weg. Ich bin natürlich immer noch am Weißensee. Habe jetzt so circa 40 Minuten hinter mich gebracht. Ist alles cool. Man kann aber auch. Wo kann man denn sehen, wo hier ein Berg ist? Da hinten ist ein Berg. Guck mal. Da. Verschneit der Berg. Naja. Aber sonst bin ich hier gerade so in so einem kleinen Waldgebiet. Naja. Egal. Also ich lauf weiter und melde mich gleich. Das neue Jahr fängt schon richtig gut an. Ich bin schon eine Stunde unterwegs jetzt. Habe ein richtig gutes Tempo drauf. Und... Ach, guck mal da. Ja, genau. Hier sind so Alpakas. Sieht man die? Da. Alpakas mitten in Österreich. Verstehe ich auch nicht. Egal. Also eine Stunde bin ich unterwegs. Richtig gutes Tempo drauf. Gefällt mir. Ich muss noch so 10 Minuten hinter mich springen. Da bin ich gleich mit meiner Unterkunft. Alles geil. Super läuft. Frohes neues Jahr. So. Ich habe jetzt 70 Minuten hinter mir. Bin nochmal so einen schönen Berg hoch. Hier den Hang. Aber alles gut. Hier sehen wir nochmal den weißen See hinter mir. Auf der anderen Seite hier den gefrorenen Teil. Ich bin fertig für heute. Merkt man, ne? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und da mache ich ein anderes Mal vielleicht rein. Mal gucken. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportblock. Wir sehen uns. Frohes neues Jahr. Bleibt dran. Es gibt ganz viel von Schokie bei Nuki dieses Jahr. Das war's für heute.